Der neue CMS-3 kann mehr und ist trotzdem preiswerter als der beliebte Vorgänger. Er ist als All-in-One-Systemlösung konzipiert, einfach zu transportieren und extrem schnell einsatzbereit. Die Gründe, warum die CMS-Serie so beliebt ist, sind neben der kompakten Bauweise die professionellen Komponenten, die alle mit Concert Sound Performance aufwarten. Der Mischer, die Effekte und erstmals in der neuen Generation das digitale Audiointerface. Drei verschiedene Varianten des CMS-3 stehen zur Auswahl. Mit 10, 16 oder 22 Mikrofoneingängen. Alle mit hochwertigen Alpsfedern und Pottis ausgestattet. Aber es kommt noch besser. Je 4 dieser Kanäle können gleichzeitig als Stereo-Eingänge benutzt werden. Der CMS bietet alle Features, die man von einem hochwertigen, kompakten Live-Mischer erwartet. 6 AUX-Busse, die für die Effekte und für bis zu 4 Monitorwege zur Verfügung stehen. Zwei davon in der Summe Pre-Post umschaltbar. Weitere Features sind die extrem rauscharmen Mikrofonvorverstärker, das Equalizer-Routing, das PC-Midi-Interface und die verriegelnde Netzbuchse. Das mikroprozessorgesteuerte Schaltnetzteil passt sich außerdem selbstständig an die Netzspannung an. Der CMS-3 hat eine USB 2.0-Audioschnittstelle, die vier digitale Ein- und Ausgänge unterstützt. Das macht den Weg frei für Live- und Studiorecordings in professioneller Qualität, die man auf PC oder Mac zum Beispiel mit der kostenlos mitgelieferten Cubase LE-Software erstellen kann. Via Computer können über diese Schnittstelle zudem Playbacks oder Pausenmusik eingespielt werden. Der CMS-3 verfügt über erstaunliche innere Werte, eingebettet in seiner wohldurchdachten DSP-Sektion. Hier das große OLED-Display mit hohem Kontrast, selbst bei grellem Licht. Es stehen zweimal 100 editierbare Effektprogramme in Studioqualität zur Verfügung, die für den Live-Einsatz optimiert wurden. Für editierte Effektpresets bietet der CMS-3 3x20 User-Speicherplätze. Die Effektprogramme lassen sich über den MIDI-In sogar fernbedient umschalten. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Live-Musik über das Verleihgeschäft bis hin zu anspruchsvollen Festinstallationen in Gastronomie oder Schulen sowie professionellen Multimedia-Anwendungen. Der als Zubehör erhältliche robuste Deckel verwandelt den CMS-3 in einen leicht transportablen Koffer, in dem das Gerät optimal geschützt ist. Für den CMS-3 2200 ist optional eine Staubschutzhülle erhältlich. Erstmals wird dem Anwender eine wirklich kompakte und intuitiv bedienbare Kombination aus hochqualitativen Mixerteil, professionellen Digitaleffekten, digitalem Audio-Interface, flexiblem Grafik-Equalizer sowie einer Vielzahl praxiserprobter Problemlöser angeboten.